Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 1. Wir sind hier immer noch in diesem schönen Dschungel-Lager mit einem Hangar wie es aussieht und Gegnern die hier durchschießen können, die ich nicht sehe. Das übliche halt. Wir versuchen jetzt erstmal die hier irgendwie zu töten. Ich würde sagen das ist kein Panzer. Kommt das hier schon mal in die Hand? Das ist so ein lächerliches Spiel. Also ganz ehrlich, was haben sich die Entwickler dabei gedacht? Ich muss alles nochmal neu machen. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe jetzt hier bis zu dem Punkt gespielt in etwa wo wir waren. Der habe ich schnell durch die Wand gesehen. Also ganz echt, das ist so ein Quatsch. Weil ich glaube, ich kann nicht durch die Wand schießen. Wir sind die da hinten auf mich auch vermerksam geworden, aber da war ich gerade schon drin. Da habe ich durchgemeddelt. Da war ich glaube ich drin. Ja genau, da haben wir gerade reingeguckt. Kentin, hier war ich ja auch schon drin. Dann hat der auf mich geschossen. Da können wir mich heilen. Diesmal habe ich ja mehr HP übergehabt. Natürlich laufe ich mich erstmal fest, ey. Warum ist denn da ein fucking Raketenwerfertyp auf dem Dach? Und warum laufe ich mich denn fest? Er hat sich selbst gesprengt, der Dummkopf. Okay, das heißt, ich muss nur auf den Turm rauch. Aber ist jetzt aktuell nicht so schlimm, denn ich weiß, dass hier noch eine volle Rüstung liegt. Ich weiß, dass wir hier noch Snipe-Munition bekommen können. Ich weiß zwar nicht, wie ich das am klügsten mache mit dem Hangar. Also, Sleichen ist glaube ich schon wirklich fort, ja. Vor allem, wenn man es die Schallkopf-Tippe Waffe hat. Wenn es in der Machete würde ich mich das glaube ich trotzdem nicht trauen, weil hier haben wir das Spiel nur Vertrauen im Sinne von, ähm, ja, Schleichen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich habe kein anderes Fahrzeug, weil ich es einfach niederspringen könnte. Ich weiß nicht, ob wir niederspringen irgendwas bringen, weil die schießen raus. Ich kann nicht reinschießen, wie es aussieht. Das muss ich nur mal erörtern, wie ich das gleich am besten machen werde. So, Medical, hier waren wir drin, hier haben wir den Typen erschossen. Hier gibt es nochmal zweimal HP, falls ich die brauchen sollte. Weiß ich Bescheid. Die hier habe ich angeschossen gehabt, schon vorher. Der müsste so eine Sniper haben. Das ist der einzige Turm auf der Sorte und der hat dann Raketenwerfer. Hier war ich glaube ich auch schon drin. So, und jetzt hätte ich halt gerne, dass ich speichern könnte, weil ich habe jetzt halt gerade den halben Stützpunkt ausgerottet, oder beziehungsweise 90%. Und jetzt habe ich noch zwei Gegner über. So, gehen wir auf die Sniper, laden kurz nach. Aber ich kann da nichts machen. Warte mal, so. Das war ja etwa da. Aber es hilft mir auch nicht. Also ich kann da nicht reinschießen, wie es aussieht. Auf jeden Fall können wir ein bisschen mehr Schuss als 5 mitnehmen. Das weiß ich immerhin jetzt. Briefing. Hier gibt es nochmal Rüstung. Hier gibt es Sprengstoff. Hier gibt es ein Telefon. Müllspiel. Du kannst aber nicht sehen. Okay, hier gibt es auch schon Munition. Obwohl jetzt nur ich volle Munition. Hier können wir jetzt rein. Okay, 10 Sniper-Schuss. Das ist anscheinend Maximum. 16. 16. Das scheint ja gut funktioniert zu haben. Dem Funkverkehr nach ist da das völlige Chaos ausgebrochen. Schnappen Sie sich ein Fahrzeug und fahren Sie zum Pier. Ich mache mich auch auf den Weg. Würde ich ja gerne. Ich habe nur das Problem, dass da halt Gegner drin sind, die mich erschießen können. Wenn ich sie nicht erschießen kann, Spiel. Hilf mir doch bitte. Aber jetzt die Tür auf. Oh ne, der Turm ist umgefallen. Na super. Ich weiß nicht, ob die mich gesehen haben. Ich kann ja nix da je machen jetzt. Außer ich hätte da verliegt hier irgendwo und ich kann irgendwie in die Wand schießen. Ja gut, ich guck mal kurz, ob ich irgendwas auf Steam oder sowas finde. Oder auf dem Internet, ob ich irgendwie die umgehen kann. So, ich habe jetzt einen Mod runtergeladen und ich habe die Konsole gefunden. Ich weiß nicht, wie man das Spiel speichern kann über die Konsole. Die dürfen wir jetzt nicht mehr sehen. Genau, perfekt. Auf ModDB habe ich das gefunden. Ich habe über den Steam-Form gefunden. Und jetzt scheint das besser zu funktionieren. Und das ist ein Buggy und ich würde dann den Geländewagen nehmen. Also, den haben wir. Aber vorher können wir es jetzt mal umgucken. Und auf jeden Fall ist das hier nicht immer so schlimm, dass mich die Leute durch alles durchspotten. Vielleicht macht das Spiel jetzt mehr Spaß. Zur Not habe ich immer aus den Konsolen kommen. Und ich glaube, das werde ich auch immer benutzen, wenn ich da ein Part beenden will. Und ich gerade keine Möglichkeit habe, weil das Ding ist halt schon echt ein Moment. Ich wollte doch den haben mich mitnehmen. Meine Güte. Ja, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Deshalb werde ich das vermutlich auch benutzen. Ja, ein bisschen Schaden hat er genommen, aber nicht so viel. Ich glaube, der andere hat auch schon fast so viel Schaden, weil ich immer gegen gerauscht bin. Okay, dann fahren wir erst mal weiter. Was haben wir als Ziel? Finden sie ja einen Pfad... Stehen sie einen Pfad in Richtung Westen-Pier. Zum Pier oder so. Granaten? Moment mal. Ich habe, glaube ich... Ich glaube, sechs kann ich tragen. Also, ich hätte gerade mal einen mitnehmen können. Ähm, hallo. Ich dachte schon, dass es so eine Straßensperre ist. Deshalb springe ich es einfach mal weg. War anscheinend eine okay Idee, würde ich sagen. Muss mal aufsteigen. Okay. Du bist kaputt. Dann fahren wir einmal hier rum. Vorsichtig, nicht ins Wasser. Nicht so tief ins Wasser. Hier geht es anscheinend noch. Perfekt. Nein, bleib mal hier. Auto. Also, okay. Handbremse. Ich weiß nicht, ob es eine gibt vielleicht. So, da wir das ja wissen, dass da welche sind. Oh, der ist tot. Ich habe erwartet, dass er überlebt. Aber zum Glück nicht. Moment. Erstmal aussteigen, Waffe wechseln und dann einsteigen. Weil ansonsten bin ich extrem langsam, wenn ich mit der anderen Waffe raussteige. Okay, Sparer, spielt perfekt. Hm. Ich will jetzt einfach mal diesen Weg hier folgen und gucken, ob ich oben seine Sniper klauen kann. So, so durfst du halbwegs gut stehen. So, jetzt hoffe ich mal, dass das Spiel einfach besser wird mit diesem kleinen Patch. Beziehungsweise, das Spiel in der Grundversion hat das Problem nicht. Das kam wohl, also in der Readme steht irgendwie, seit der 1.4 ist das. Ich kann es natürlich, oh, der hat ein Raketen einfach sogar. Kann ich es nicht natürlich sagen, ob das jetzt seit der Version ist oder ob das irgendwo dazwischen drin noch war. Aber grundsätzlich war das halt mal besser. Ja, das heißt, das ist einfach eine Version aus der ursprünglichen Version oder auf der 1.1 oder sowas. Und ja, die haben halt irgendwelche smarten Leute mal gesichert. Und ja, die muss man jetzt einfach nur importieren. Dann wird hier geladen und dann funktioniert es besser. Ich habe es einfach mal so hingenommen. Ich habe es nicht hinterfragt. Ich bin auch kein großer Profi, wenn es zum Modding geht. Also, kein großer Profi, weil ich habe echt gar keine Ahnung davon. Aber wenn es funktioniert, dann nehme ich es doch gerne mit. Weil das Spiel ist ja schon so schwierig genug. Da wollte ich keine Gegner, die durch die Map gucken können. Also, ich hatte hauptsächlich den Bug, dass sie durch, ähm, Zelte. Ich wollte Tens sagen, weil ich habe da noch gerade gegoogelt. Da habe ich halt einen Ancient-Thread gefunden. Da haben wir ja durch Zelte suchen. Ja, gucken können. Und, ähm, ja, da gab es halt das Problem, dass ich halt auch durch normale Betonwände gucken kann. Das hatte ich ja nicht. Das ist ja nur diesen einen Metallhangar, der wahrscheinlich eher so als Zelt zählt für das Spiel. Ich kann da nicht sehen, ob, also hier ist halt mal eine Wünschenscheibe im Weg. Weil ich wusste halt nicht, wo der rauskommt. Da war ich halt direkt auf jeden Fall, man kann die anschauen. Also, es gibt doch explosiven Sachen. Das hat mir auch schon fast gedacht. Nur man muss die halt, ähm, mehr anschießen. Das lohnt es mit den normalen Waffen halt nicht so richtig. Da ist auch noch explosiv, da soll ich aufpassen, dass ich dann gleich selber drauf reinfalle. Und jetzt weiß ich auch nicht, ob da welche Gegner in der Nähe sind. Und hier sind wieder Affen-Experimente. Uh, das ist doch cool. Uh, das ist ein Torpeo, das ist ja cool. Oder? Das ist einfach nur Granaten. Ich bin nicht ganz sicher, sie ausfügt Granatwerfer. Okay, das ist ein Mörser. Uh, ein Mörser. Was für eine maximale Reichweite von dem Ding? Okay, ganzes Stück. Ähm, eliminieren sie alle Gegner. Hab ich das nicht? Okay. So viel leicht? Was ist das denn hier? Träge ich? Ja, das wollte ich ja nicht machen. Aber da muss ich noch zum Pier hinlaufen. Das könnte ja auch sein. Ah, okay. Das verstehe ich nicht. Also das hab ich gerade wirklich nicht verstanden. Ich hab irgendwie runtergezieht. Das Ding ist weit nach oben gegangen, aber er schießt trotzdem nach unten. Ach so. Neues Ziel. Trefft sich mit da am Ende des Piers. Hallo Herr Doyle. Es ist ich der... Jack Reacher oder so? Doch, sonst hätte ich nicht gefragt. Das ist jetzt komisch. Äh, ein Pferd soll ich hier hin? Okay. Aber er sagt mir nicht, wer oder was oder wie. Näher konnte ich sie nicht ranbringen. Normalerweise bringen die Gefangene in den Bunker auf der anderen Seite der Insel. Die andere Seite der Insel? Sie haben mich wohl nur hierher geführt, damit ich ein paar Kalorien verliere, was? Wir haben Radaranlagen, die uns sofort entdeckt hätten. Bei den Forschungsanlagen werden sie sicher mehr Glück haben. Was erforschen die denn? Das kann ich ihnen jetzt nicht erklären. Bleiben sie wachsam. Ja bitte nicht crashen, Spiele, danke. Junge, sind das viele. Das erinnert mich gerade sehr an Crisis an den Start. Da muss man nämlich glaube ich auch durch so eine Felsformation durch. Genau. Und selbst da oben sind welche. Hast du das gehört? Was? Was ist denn hier los? Das frage ich mich auch gerade, warum ich den so beschissen treffe. Der hat auch schon was gehört jetzt. Das ist natürlich doof. Schaß, dass seine Waffen nicht mehr runterrutscht. Und die Minimap ist halt immer noch ziemlich nutzlos, weil die halt echt weit rausgezoomt ist. Ich meine, ich sehe mein Ziel da hinten schon, aber ich sehe halt nicht, wie nah die Gegner wirklich sind. So. Dann gehen wir einmal hier hoch. Und machen eine kurze Pause. Denn ich muss kurz mal eine Nachricht antworten. Aber jetzt geht es natürlich weiter mit dem schönen Spiel hier. Also, schön in Anführungszeichen. Und spiele eigentlich auch schon fast in Anführungszeichen. Also, Stealthen mit dieser Waffe, würde ich sagen, kann man gut machen. Da sind auch welche Junge. Junge, die sind jetzt ja überall. Ach, Mist, meine Waffe ist leer. Ist er im Geschütz oder ist er irgendwo anders hingelaufen? Nee, nicht alles okay. Ich weiß nicht für euch. Und auch eigentlich nicht für mich. Kannst du auch nicht festzulaufen, wenn ich dich erschießen will? Ja, mach ich. Aber nicht so sehr eigentlich. Also, manche Leute würden mich nicht mehr verstecken nennen. Ja, das ist natürlich alles nur die laute Waffe. Leider. Das heißt, ich muss noch ein bisschen drauf achten, ob ich hier noch welche von den anderen bekomme. So, ich brauche ein bisschen Rüstung, ein bisschen Munition von meinen MP. Was habe ich denn? Ah, ich habe die Rüstung. Okay. Hier, das Ding trifft echt gar nicht. Okay, jetzt hat es getroffen. Ich sage nichts. Okay, die sind schon mal tot. Also, den Mörser, den fühle ich noch gar nicht, weil ich einfach nicht, was ich mit dem zielen soll. Man muss halt echt schon genau treffen, um das überhaupt, dass es überhaupt irgendwas bringt. Nein, noch ein bisschen näher. Noch ein bisschen näher jetzt so. Das war wieder zu nah dran. Meine Güte. Okay, das hat mir getroffen. Hier ein bisschen runter wieder. So. Nein, das war wieder zu nah. In der Fresse, ey. So, vielleicht. Der hätte treffen müssen eigentlich. Wer hat da getroffen? Und da hinten ist es noch irgendwo an. Hier hat keiner an wo. Ein bisschen reinsprayt. Ich glaube, ich habe ihn getroffen tatsächlich. So, wir brauchen neue HP. Einen zweiten Rüstung gab es den HP nicht. Einen Rüstung haben wir aber hier auch nicht. So, Part ist auch gleich vorbei. Ich will sagen, wir gucken uns trotzdem nochmal um. Ah, das hätte ich auch machen können. In dem Video, wo der Typ mir erklärt hat, jo, hier musst du den Mod runterladen. Das war halt ein... Ne, ich habe es auch in Steam-Form gelesen. Da habe ich auf YouTube noch ein Video gesehen. Und, ähm, ja, der hat das auch nochmal gezeigt. Und hier ist auch noch HP. Und Snipe-Munitionen sollen. Und ich habe sogar, ähm, hier so einen Schüsselkartner bekommen in dem Häuslein. Dann würde ich sagen, haben wir das soweit erstmal gemacht. Im nächsten Part gehen wir dann in die Höhle rein. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, ob das Spiel gespeiert hat. Wir können uns das mal kurz angucken. Wir müssen nämlich Alt und Steuerung drücken, um Slash zu machen. Dann machen wir unterstrich Save Game. Ne, Save-Game. Und dann gucken wir mal kurz bei Laden. Dann sehen wir, letzter Speierpunkt ist jetzt genau. So 15 Uhr 20 habe ich ihn aufgenommen. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, was ihr gefunden habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.